Da! Jetzt lassen sie uns rein, oder was? Schön! Schön! Mag ich? Alter! Ich friere schon, wenn ich mir das Zeug nur angucke. Danila? Was? Das ist Danila? Ey, Danila! Wollt gerade sagen, bleib in! Uh! Okay. Egal. Danila? Gut, schnell her! Verspänt! Danila? Schön! Macht zu! Ich, äh, guck zu, wie ihr es zuhaltet. Wenn ihr geschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Ist gut. Ist gut. Äh, ist gut. Moment. Ja, warte, Tagebuch-Eintrag ist natürlich viel wichtiger. Ja, ja, Seite Nummer 1, Seite Nummer 2. Jetzt müsst ihr schnell sein und Pause drücken. So, tschüss. Gut. Gut. Ähm, hier. Loot. Erstmal looten. Die kann ruhig, Stellung. Ja, 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 ja. Ich komm, ja. Warte, 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 warte. Telefon. Schnauze. Telefon. Okay, ist gut. Ich geb Gas, weil ich will nicht, dass die verrecken. Okay, das ist zu. Hattest du hier irgendwo einen Schlüssel gehabt? Nee, ne? Okay, ich hab auch keinen geschützt. Uh. Das hört sich nicht gut an. Hier ist... Äh. Okay, ich bin... Ich geh schon. Ich geh schon. Hä? Was? Was? Geschlossen jetzt? Willst du mich verarschen? Nein. Okay. Die Dingle sind eklig. so Lass mich in Ruhe muss ich einen Schlüssel finden für die Tür oder irgendetwas anderes ich find doch niemals was wenn man die ganze Zeit krach macht hier im Hintergrund kannst du dich an null konzentrieren Schnauze oh na gut so brauch ich so äh ne die Schrot gefällt mir okay das hört sich wie ein Mensch an ist sicher auch einer gewesen wo die Tür abgeschlossen hat ja siehste muss ein Mensch gewesen sein ja hier gehts wieder nicht lang da auch nicht okay da gehts nicht lang oh helft mir Leute Leute nicht weg gehen wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch haha nur ein Scherz alter du dreckigen okay ich dachte schon die sind gegen uns ich dachte gerade die sind gegen uns erst dachte ich das sind unsere Kumpels und dachte ich plötzlich die sind gegen uns keine Ahnung Schnauze ja ich guck oh ah nein ah Schnauze nicht so laut das Ding war ne habt ihr das gesehen ja ja ich suche die Rollen an den Seiten vielleicht kannst du herausfinden wie man da was aufmacht du warst das gut ja alles so gut ne ha 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 oh ne ne ich glaube nicht äh Leute ich brauche Hilfe ich weiß nicht wie weiter ich bin nahe dran ne Granate einfach reinzuwerfen ja meine Zeit läuft ab Jungs helft mir doch suchen ne hier war ja nix ne der hat nur irgendeinen Müll kann ich auch nicht verbrennen hier hat nix da auch nicht das zu logischerweise alter wirst du mich verarschen ich bin gestresst aber nur minimal extrem ich möchte die Leiche von diesem Ding sehen nicht weil ich gleich ein Fanatiker bin aber ich möchte es sehen schon wieder Filter tauschen weißt du was schaust drauf weißt du was schaust drauf ich seh nicht ich seh nicht was das Problem war ich meine ich hab ich hab mit Absicht so gezielt ne hat auch alles genauso geklappt wie ich alter hat auch alles genauso geklappt wie ich das wollte äh ja hoch und da und jetzt und burn gibt es hier Gegner sieht gerade nicht so aus so kann ich nein kann ich nicht ich habe noch zwei Minuten Zeit ich hab zu viel Scheiße getrieben wir haben wenig Zeit und sehr wenig Zeit ach nö so komm irgendwo muss doch hier irgendein Schlüssel sein ja ich seh gerade nicht viel aber ich auch nicht zumindest keinen Schlüssel und genau das brauchen wir jetzt irgendeinen dummen Schlüssel hast du echt keinen Schlüssel an dir? ne meeeennsch das ist nix das ist nix hm mhm ja hat nix gebracht das sieht zu verdächtig aus das sieht zu verdächtig aus was ich euch ja sehr gute tauschen filter biblio finden sie dokumente über die sechs finden sie einen weg ins geheime militärlager finden sie den geheimen militärkomplex ja im moment finde ich gar nichts du hast auch nix ein versuch ist es wird hat nichts gebracht boah mann was ist das habe ich den falschen weg genommen geht das nicht doch ich dachte es ist ein horrorspiel ja lauft schneller ich habe nicht mehr so viel gas wie hier weißt du was viel spaß ich tausche den filter jetzt nicht ne ich tausche den mit dem kampf immer ich tausche ihn jetzt ach nö du hast vermutlich in den büchern der heiligen davon gelesen muss einmal wunderschön gewesen sein sind das bibliothekare kann sein ding nämlich nicht fertig sagen wir haben ihn gerettet die karte selbst finden ja ja ich mag dich auch durch die der bibliothekare gegangen ist für dahin es bleibt nicht viel zeit die dämmerung weißt du was er mir über die büste gesagt hat ich auch nicht hat er nämlich abgebrochen was ist wichtig bei den fisch und leute sagt mir jetzt danke ja ich muss gucken ob es irgendwas zu looten gibt noch eine minute ja noch eine minute kann ich die maske nicht abnehmen ne kann ich nicht schon klar scheiß auf loot wir müssen gehen wieso habe ich plötzlich so wenig ding habe ich so viel zeit verschwendet irgendwo nicht bitte schreck mich nicht bitte schreck mich nicht bitte schreck mich nicht ich war wieder allein und schon bald würde ich buchstäblich der furcht in die augen sehen also hier bin beendet dann das display ist das wo wir das in der bibliothek ach gott nein das problem ist wir haben eine minute um den zu töten viel spaß oh gott nein